Hier sind wir nochmal im Spa-Bereich. Da kann man schöne Anwendungen machen. Es gibt ein riesengroßes Spa-Programm. Hier kann man sich was zu essen, was zu trinken nehmen. Hier geht es in den Fitnessraum rein. Und hier hinten sind dann die einzelnen Kabinen für die Anwendungen. Super schön eingerichtet mit Blick aufs Meer, wie man das so mag.